Mahlzeit, Freunde des Lichts. Ja, wir haben heute mal eine dringende Warnung für euch und zwar geht das um diesen Shop hier. Das Impressum ist falsch, das ist gefakt. Also der arme Mann, dem das wirklich gehört, der tut mir schrecklich leid. Ja, und da werden unter anderem auch die Next-Torch-Lampen hier angeboten zu unglaublich guten Preisen. Seltsamerweise sind auch immer neun Stück verfügbar und ja, der Preis ist natürlich aberwitzig. Wenn man das mal in die ganz normale Shopping-Suchmaschine eingibt, dann ergeben sich da ganz andere Kurse, wie man das sieht. Also das sind so reguläre Preise aus dem Fachhandel, so wie ihr sie kennt. Da könnt ihr auch kaufen, hier bei Frankronia zum Beispiel. Ja, aber für den Preis nein. Es ist alles zusammen kopiert, die Bilder sind uns geklaut worden, die Produktbeschreibung und alles Weitere. Und wie gesagt, in dem Impressum stimmt gar nichts. Also der Mann, dem das Impressum gehört, also den gibt es wirklich, aber der hat damit gar nichts zu tun. Die Telefonnummer gehört einer Familie, die schon total genervt ist, weil da ständig das Telefon klingelt und Menschen anrufen, die ihre Sachnummerl haben wollen. Bitte tut uns einen Gefallen, sagt es weiter, teilt es. Vielen, vielen Dank.